Abin Osemi. Ihm wurde nachgesagt, ein Meister der Astrologie und des Okkultismus gewesen zu sein und zahlreiche mystische Wesen unterworfen zu haben. Unsere Nachforschung zufolge besteht kein Zweifel. Sie sind ein direkter Nachfahre von Abin Osemi. Willkommen in der Abteilung für nächtliche Nachbarschaftsbeziehung. Die Schicht beginnt direkt mit einem Notfall, der uns vor einigen Stunden erreicht hat. Na, kannst du sie schon sehen? Kushi. Kobolde, Imps und Feen. Bei uns hat sich aber ein Sammelbegriff etabliert. Anothers. Ich kann es nicht fassen. Du solltest dich besser daran gewöhnen. Dann glaub mir, du wirst noch viel unfassbarere Dinge sehen. Also dann, suchen wir mal das Tor zur Hölle. Was ist das für ein Ort? Anothers treiben Menschen in den Wahnsinn. Hoffentlich eskaliert das jetzt nicht schon wieder. Wir müssen hier alle Leben draufkommen. Ich habe euch vermisst. Dann sind das hier Kokons? Es ist so wichtig! Soll ich sie bestrafen? Es tut mir leid, dich damit reingezogen zu haben. Du Mistkerl! Damit ist die Plage eliminiert. Habt ihr, was ich suche? Wo ist das Fleisch? Wo ist das Fleisch? Wo ist das Fleisch? Wo ist das Fleisch? Vielen Dank.